Er war 19 Jahre alt, er hat 72 Kämpfe, 33 Siege, 33 Meter lang, er war drittplatzierter bei den Deutschen Meisterkraften der U21 im Jahr 2011, 2009 Deutscher Meister, 2010 in der Gefühlsgemeisterung, den dritten Platz bei den Deutschen Meisterkraften 2010, vom BR Dortmund Nette, Koray Pini. Er war in der Blauen EKS, 23 Jahre alt, hat 75 Kämpfe, 48 Siege, 22 Meter lang, 5 Unentschieden, er war Niederrhein-Meister 2010, 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften 2008, Deutscher Vizemeister 2012, vom Opsklub Mühlheim-Lübden, Achim Möller. Gericht Knurre, bitte? Regenlichter ist die Hans-Athenske aus Köln, den Radplay cheese! Runde Nummer 1 So, Stuttgart S Wirtschaft Runde Nummer 4 Tote Nummer 4 Gut, 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 gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020